jetzt geht es ganz tief runter also wir sind ja erst ganz weit oben auf dem berg und jetzt rutschen wir hier ganz 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 tief rein wir können es regnet auch noch herein 60 felder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 das ist greville also ist 15 16 17 18 19 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 40 40 haben wir dann nehmen wir hier die leitern machen wir erstmal gehen wir wieder hoch ich hoffe es ist die richtige seite jetzt nicht dass ich hier das total verkorkse gerade ist die richtige seite hervorragend kannst du runter kommen wie weit ist es relativ kann es nicht mehr sein hier haben wir doch was ist denn das hier hier ist doch jetzt gucken wir uns später mal an oder müssen wir uns gleich mal angucken bleib doch mal stehen du Lumpen der Spital ist natürlich nicht machbar hier hallo ich weiß es nicht ich kriege es mit der Spital nicht hin so rein da ins Loch Eisen ist es Eisen haben wir hier Nicht übel. Und einen kleinen Quitsch Junior haben wir im Weg. Okay, so, pass auf, machen wir wieder zu das Loch. Jemand ist gekommen. Der Justin ist gekommen. Pass auf, rutsch zu der Seite. Ich mache jetzt wieder zu den Schuppen hier. Man hört das natürlich schön, meinen Controller hier klimpern. So. Und runter geht's. Okay. Okay, ich drehe mich mal so um, dass wir hier auch weiter wissen, wo wir das anbauen müssen. Wir gehen noch ein Stück. Gehen wir noch 20 tief. Ja, machen wir noch, ne? Machen wir hier nochmal in der Fackel rein. So. Gehen wir ein kleines Stück hoch. 20 Viertel kommen wir runter. Gehen wir ein kleines Stück hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das war's. Okay, 13 runter. Das heißt, genau. Ebene 0. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Diese Ebene, 10, 11, muss die sein, wo wir Diamant finden. Und wenn ich das mir gerade hier so anschaue, schwand mir, das könnte hier der richtige Weg sein. Ich weiß nicht, ob das ein Diamant ist. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich kriege es auf jeden Fall abgebaut. Was ist das? Es war wohl ein Diamant. Ich kriege es abgebaut, aber keine Ahnung. Okay, machen wir hier. Dann gehen wir auf die Höhe. Merken wir uns diese Höhe. Und die wird für uns jetzt die sein, auf der wir uns bewegen. Das heißt, noch eine Leiter hier hin. Und dann kannst du runterkommen. Ach, komm, was soll es? Die machen wir noch weg. So, dann kannst du runterkommen. Und hier unten, hier wo du jetzt, wo jetzt denn? Hier werden wir uns also quasi schön was bauen. Eine schöne Höhle. Ich mache immer drei hoch, damit man ein bisschen mehr sieht und sich auch frei bewegen kann. Sinnvollerweise ist es nach so einer Höhle, wo wir drin wohnen können, machen wir dann auch vier hoch. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal auf der sicheren Seite. Mobs gibt es im Moment sowieso nicht. Also hier, tja, Start von der neuen Map hier bei Minecraft. Ich mache immer einen kleinen Seitenleuchter hier oben hin. Kann man das bisschen so höher? Jawohl, so sieht das doch gut aus. Haben wir eine kleine Lampe. Schau mal. Hier gibt es noch keinen Weg hier unten. Kannst du noch, aber man kann hier schon rumlaufen. Justin fragt, hallo. JustinTV hat glaube ich auch. Ich glaube, JustinTV hat auch einen kleinen YouTube-Kanal. Ich habe aber gerade nicht die Zeit zum antworten. Er ist ein Baumhaus. Ich weiß gar nicht so ganz genau, solches ein Baumhaus habe ich gar nicht so ganz genau gesehen. Aber die Brücke, die da am Anfang war, die könnte ja durchaus ein Baumhaus sein. So. Wo bist du denn, kleiner Mann? Oben. Was machst du denn oben? Etwas Besonderes, was du nicht wissen soll. Was ich nicht wissen soll? Baust du da oben ein Haus gerade? Nein. Sicherlich nicht. Ganz sicherlich nicht. Ich muss aber gleich hochkommen, weil meine Spitzhage ist gerade kaputt gegangen. Ich komme mal nach oben. Jetzt ist ja eh ein Stück zu klettern. Hier ist auch wieder Eisen. Spitzhage habe ich nicht. Habe ich einen Diamanten gefunden und habe einen Teil kaputt gemacht. Ich nehme mal an, so wird es gewesen sein. Ich gucke gerade mal eben schnell, was hier schon nebenbei noch geht. Es regnet. Ich lese gerade nebenbei, gerade eben bei Twitter. Ja, zum Thema Beweisfioren, was das Griefen bei uns angeht. Schau mal links rum und du bist ein Held. Oh, das hast du, das gibt es doch nicht. Warum machst du das denn? Ich wollte mich reinlegen. Du wolltest mich reinlegen? Du hast alles kaputt gemacht. Warum machst du das denn? Jetzt muss ich das alles wieder neu sortieren. Oh, das ist ein, hat man so eine Freunde, war das sind Freunde, da ist man echt super dran mit. So, guck mal, ich habe es hier repariert, schau mal. Aber nicht nochmal machen. Jetzt muss ich hier, wir brauchen einen Ofen. Kannst du keinen bauen? Oh, keinen. Ich schon. Und da kann man jetzt... Das ist aber mitten unter der Werkbank. Sieben mal Eisen. Das ist mitten unter der Werkbank. Jetzt bauen wir noch eine Kiste. Und unten, das coole unten ist, du kannst tatsache unten einfach alles mögliche reinschmeißen. Sogar Holz tun. So, achso, obwohl wir das jetzt gerade so hier haben, machen wir einfach mal folgendes. Du bloß nicht mich, sonst hau ich dich mit meinem Schwert. Ich will dich nicht hauen. Ich habe das nicht vor. Papi, schau mal in deine Kiste hin. So, da packen wir mal ein bisschen was reines gleich, was wir nicht mehr brauchen. Ich habe schon ganz interessante Dinge hier. Das können wir nochmal nehmen, um den hier irgendwo hinzusetzen. Dann nehme ich Bäume brauchen. Machen wir hier so irgendwo hin. Das so. Und jetzt brauche ich eine Spitzhacke, eine neue. Ach, das heißt... Ich habe alles verburzelt. Ich gehe mal schnell Holz holen. Sag mal, ich habe doch hier... Sag mir mal, hast du... Ja, darf ich das bitte haben? Na klar, aber nur fünfmal. Na ja, gib mal her, alle fünf. Komm mal hier. Na ja, ich stehe schon da. Und was gibst du mir dafür? Ja, was gibst du... Was ist denn das für eine Frage? Ich brauche jetzt... Ich habe dir erst eine extra gegeben, dass du mir was gibst. Ja, ich habe gerade nicht. Doch, ich habe fünf Sticks. Ich habe fünf Sticks, warte. Fünf Sticks und dreimal das. Da brauche ich mir eine schnelle Spitzhacke hier aus Eisen. Wenn du mir jetzt nichts gibst, haue ich dich einmal. Da haue ich dich zurück. Ich habe eine Eisenspitzhacke. Sag ich dir nur. Ich habe aber ein Schwert. Aber... Hey, guck mal, wo sind die anderen? Die wissen nicht, wo wir sind. Siehst du? Sie suchen uns. Warum? Das warum, weiß ich nicht. So, jetzt brauchen wir hier oben... Pass mal auf, ich möchte nicht, dass es hier reinredet in unseren Keller. Warte mal, ich überlege gerade mal was. So. Kann man denn eigentlich aus diesem Granit auch so eine Fels... so eine Treppen machen? Ne, Steinstufe. Aber das geht nicht aus Granit, ne? Man kann Granit polieren. Ne, Steinstufen. Gib mir bitte was. Ich haue dich gleich. So, dann haue ich aber zurück, mein Freund. Ich mache es jetzt. Guck mal, was ich gemacht habe, damit es nicht reinregnet. Siehst du? Ich mache es jetzt okay. Ne. Doch. Gar nicht okay. Doch. Gar überhaupt nicht okay. Doch. Ich mache es jetzt. Ich brauche noch mehr Stein. Geh mir weg, du. Dann geh mir was. Ich habe dir Reisenwäfer gegeben. Ob das doch so war? Warte mal. Tatsächlich, doch. Die Steinstufe mache ich aus poliertem Granit. Das ist ein schönes kleines Vordach, oder? Und dann machen wir das ja mal. Das ist da nicht. Und wie es das ist. Du stehst da wohl im Weg. Kannst du kurz aus dem Weg gehen, bitte? Oh, Mann. Oh, Mann. So. Na. Wie schaut es aus? Ein bisschen schön. Ein bisschen originell, ne? So. Und jetzt kannst du nicht mehr reinreden. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Kerze hin. Und zwar eine hier und eine da. Damit man das auch immer von Weitem schon sieht. Da wohnen die Quitschi, Brüder. Und das wollen wir mal was auf Folgendes machen. Ich habe noch drei Sticks. Aber ich habe kein Holz mehr. Das heißt, wir brauchen Holz, damit wir hier ein Schild hinbauen können. Ich hau dich jetzt gleich. Machen wir im nächsten Mal. Tja, wer frech wird, wird gehauen. Das sag ich so. Geh weg, du. Geh weg. Ich sag's dir, du. Geh weg. Bleib mir vom Leib. Geh weg. Haust du ab. Haust du ab. Geh weg. Ich sag's dir, du. Ich boxe dich da runter. Ich boxe dich da runter. Geh weg. Geh weg, du. Ich gehe gut hier. Ja, gehst du weg. Komm mal her. Komm, wir machen nochmal. Hey. Komm, wir machen mal einen auf Bros. Guck mal hier. Wir sind echte Kumpels. Guck mal hier. Sind wir Freunde? Ja. Einer ist der, der arbeitet. Und einer ist der, der hier nur rumfliegt und Quatsch macht. Ne? Ja. So sieht's aus. Und jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. shot auf. brave geil. 心 scary. Oh. Whoa. Oh. Oh. Mutter. Oh. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh